Zugschalter-Lampe reparieren. Sie haben eine schöne Lampe, eine alte Lampe, ein Erbstück und dort soll etwas repariert werden, der Zugschalter, ein Kabel, was auch immer, die Elektrik erneuert werden. Rund um das Thema Restaurierung, Reparatur von Lampen, da sind wir unter anderem zu Hause. Rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihren Wünschen. Die Kontaktaufnahmemöglichkeiten zu uns finden Sie unterhalb des Videos in der Beschreibung. Wir freuen uns sehr auf Ihren Anruf, denn wir sind unter anderem Ihr Spezialist für Zugschalter-Lampe reparieren. Die Kontaktaufnahmepräschen